Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft und mehr Gäste. In der letzten Folge haben wir den Clown los überzogen, wie jede Folge so ziemlich. Und jetzt geht's wieder los hier. Ich stimme auf den Starter und los geht die 15 Minuten Folge. Warum wir 15 Minuten Folge machen? Ich habe keine Ahnung. Einfach weil, weil ich es kann. Das ist wahrscheinlich wirklich die richtige Erregung. Weil ich mehr nicht kann. Also auf Deutsch ist es irgendwie schon richtig. So. Jetzt müssen wir auch mal hier ein bisschen Freischiff machen. Ah, jetzt habe ich gerade noch irgendwas. Was habe ich jetzt? Irgendwas. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ich kann doch hier noch Pfeile wegschmeißen. Aber ich kann meine Huse wegschmeißen. Sie nannte mich den Bärser, den Pärser, ne den Pärser, nicht den Bärser, den Pärser. So, jetzt müssen wir mal hier mal ein bisschen zack geben, wie sie sich übereinander stammeln. Oh, egal. Wir müssen ja die... Das war Pfeile. Das war Pfeile. Und wir müssen ja... Dann packen wir das mal hier weg. So, Kohle noch ein bisschen, dann noch ein bisschen davon. So, dann packen wir das mal da runter und das hier noch runter. Dann muss ich mich noch einmal durch die Wand durchgraben. Das ist ähnlich wie Autorität untergraben, geht aber leichter. So. Flup, flup, flup. Ich hoffe, das reicht jetzt auch wirklich, weil das ja echt bitter ist, dass jetzt wieder nicht reicht. Einfach mal, wenn ich eigentlich nicht losrenne. So, hier und da noch ein bisschen. Und auch da kommt noch ein Steinchen hin. Und da, hier, wo ich übrigens... So schlimm, beim Bauen fange ich immer an, so zu moderieren, was ich gerade hinsetze. Das ist jetzt so nervig. Das nervt mich selbst dann aber so ein bisschen. Und das ist halt was Witz zu erzählen. Ja, also wir setzen diesen Stein zu die linke Ecke aus dem Grunde, weil wir die linke Ecke zuerst noch machen wollen. Und das hat jetzt nicht wirklich einen spezifisch dringlichen Grund, aber ist mir ethisch gesehen doch sehr wichtig. Und dieser Satz hatte wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, weil das hat die Platzierung eines Steines mit einer Äthiologie zu tun. Natürlich könnte man die Lehre des Steins aufmachen und die Steine huldigen. Dann wäre das natürlich völlig möglich, aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Da ich weder an Steine glaube, noch im Drang verspüre, ihnen mein Leben anzuvertrauen. Ich meine ganz ehrlich, wenn du so einem Stein dein Leben anvertraust, bist du aber auch verrastet. Jooo, dann... Ich glaube, es wird nicht reichen. Was wird das? Es wird nicht reichen. So, du bitte. Ja, das wird absolut nicht reichen, weil wir haben ja jetzt noch die ganze Mitte zu tun. Ach, ich mich das aufregt. Aber habe ich noch eine Stabe? Habe ich? Ich habe noch eine Stabe. Huuuuh. Huuuuh. Freuen wir jetzt schon drauf. Klasse, ey. Dann haben wir hier runtergegangen. Sobald ich weiß ja nicht, wie viele Steine noch draufgehen, wenn ich den Eingang mache. Aber dann müssen wir auch noch eine Wendetrimme noch umbauen. Also ich möchte eine Wendetrimme noch umbauen. Wir müssen nicht, aber ich möchte. Unterhaltlich. Der wird das dann vielleicht super reichen. Äh... Dann nehme ich ja immer mal hier. Das geht aber mal hier nach oben. Das kann ich so machen, dann hole ich mich hier diese Siegerstufe, Siegerstufe. Und das soll da echt theoretisch jetzt genau reichen. So, und dann kommt es hier natürlich dann in 3 zu 1 Verhalten, das ist immer so ein Ding. Ich würde vielleicht sogar... ne, ich würde noch sicher mal hinmachen. Ja, dann gehe ich mal nach unten und schaue mir das erste Mal das Ergebnis mal an. Ich würde das mal jedem von dem den Schlag zuerst machen. Ich denke, hier sitzt ein Creeper. Auch der ist weg. Und hier ist jetzt sonst nichts. Gehe ich mal... Moment mal ganz kurz gucken. Hier ist Kohle gebrannt worden. Äh... Stein aber noch hier. Hier kann ich mir davon... Ja, es ging das... Wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Okay, irgendwie kann man das auch momentisch für was probieren. Irgendwie soll das auch... geht das auch wieder zurück, soweit ich das weiß. Jetzt... Keine Ahnung. Ich will mir gerade so mal Tasten-Gummi aus. Keine Ahnung. Irgendwie soll das mit einem Klick auch zurückgehen können, aber... Funktioniert die gerade nicht. Da nehme ich immer ganz kurz... Ein... Zwei... Oh... Das war jetzt natürlich viel zu viel. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir können ja die auch noch als... Wir können ja die auch übereinander starten. Also von daher... Du warst sogar ganz intelligent. Wenn der natürlich nochmal hochrennen muss, nehme ich mir... Alles mit, was meine gierigen Finger in den Mund bekommen können. Natürlich soll ich das auch noch richtig verarbeiten dann jetzt... Sooo... Und los geht's. Das ist einfach ganz schön gut, der Tempel hier. Also das ist einiges. Und hier müssen wir irgendwie noch einen Eingang reinbasteln. Ich weiß hier das machen wollen, aber irgendwas fällt uns da sicher ein. Sooo... Dann kommen hier immer die... Voll hin. Voll... Voll... Und hier kommen die Halben hin. Da... ... ... Sooo, wunderschön! Und hier können wir eventuell, genau, Tisch, hier könnte Kriegstisch, hier könnte Kriegsplanung stattfinden auf diesem Turm. Moment. Das funktioniert nicht ganz. Oh, das steht eins. Okay, wenn ich jetzt hier unten springe, bin ich wahrscheinlich... Rikaro ist tot, deswegen lasse ich niemand bleiben. Och, und wir begeben uns nach unten wieder. Das ist fürchterlich. Außen bin ich ganz müde. Ich übertöne jetzt ganz laut, dass ich mir grad ein Taschentuch in die Hand nehme. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. So, hab dich noch voll gut übertönt. So, oder? Das hat keiner mitbekommen, dass ich mir grad ein Taschentuch in die Hand genommen habe und dann mit meinem Aschentuch in die Hand habe. Das ist fürchterlich. Und das ist fürchterlich. So, das ist fürchterlich. Das windert gerade bei dem Spiel Spaß. Ein wenig. Ich werde mich einfach mal... Eine Ebene reinzuholen, an der ich arbeiten kann. Ob die Ebene dann so bestehen bleibt, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir später gucken. So, hier ist das Skelett, die ich gerade. Da haben wir uns aber nicht mitbekommen, das Skelett. So ein gutes Skelett. Da hast du gedacht, hä? So, so muss ich das schluss. Ich habe mich jetzt fackeln nicht damit genommen. So ein bisschen fackeln nicht damit. Dann schlage ich mal die Fenster raus. Eine gute Burg gehört ja auch gut befenstert. So, ich habe mich jetzt hier so überhaupt an das Skelett an. Ich gucke mal hier, ach, das sind überall, das ist ja krass. Ich komme absolut gar nicht mehr an diese Viecher ran. So, dann kommt das hier auch weg und dann, ja, habe ich halt hier hinten noch eine Dings, aber ansonsten ist mir der Raum da hinten nicht mehr zugänglich. Stürzt mich auch nicht, stürzt mich auch nicht, das passt eigentlich. Okay, gut, dann geht's halt nicht mehr hin. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir das hier machen. Das ist ja auch doof hier. Boah, das war alles kaputt. So, jetzt nochmal nach oben hier. So, dann kommt das hier auch alles weg. Und dann kommt hier noch ein Fenster rein. Ich habe nicht mehr, die hier auch nicht mehr abgerissen. Und ich habe dann überlegt, da habe ich das hier eh nicht mehr nutzen. Ich habe es alles gerade nicht zu bauen oder ich will es jetzt nicht zu bauen sonst, weil. Du benutzt das ja eh nicht mehr, von daher kann man das auch noch zu machen. Hier beide Seiten noch betreten, ok dann lasse ich das mal und mache noch hier Fenster hin. Moment ich schau mal ganz kurz was das unten aussieht. Ja eigentlich ganz okay, wir müssen den Turm halt nur komplett runterziehen mit diesem Berg da. Und ansonsten ist es ja auch scheißegal, weil den Turm siehst der kaum noch. Und der soll halt nicht so von unten rausfragen, der soll nicht so schön werden. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin seien wir auf einmal. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Adios. Ach jetzt der Energy. Tschüss.